Mion, weiter geht's! Nach dieser netten Party mit Musik-Einlage und allem drum und dran... Ja, was machen wir dann? Was machen wir dann als nächstes? Ach man, guck mal, guck mal, er ist immer noch beschäftigt. Oh, Rainbow! The hell are you doing, Froggy? What's going on here? It was Zanae! Kanaku and Zanae were just fighting over the rightful way of the shrine, or rather, of faith. The battle itself was a draw, but it was still Zanae's victory. Because Kanaku, somewhere in her heart, she knew she had made a mistake. Reimu, Romulia's already set out. You should hurry too. I'll ask Miss Sakuya to look after these two. Hahaha, hehehe. Wie coool. Na gut. Dann sollten wir wohl gehen. aufzorben schlacht jetzt kommt der große und den such ich habe vergessen wir auf die uhr zu gucken fern so musik er träumt von der sonne verdammt noch mal der team ist voll schön ich kenne dennoch aus phantasmagoria of dimdream ich liebe diesen themen ok das ist nicht das richtige ich soll wohl durch hinanai tower ok victory will be ach manno scheiße jetzt habe ich die musik weggemacht die ist toll ha a a ein 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 Sie kamen in front of me and took the elevator, which caused it to break. Thanks to them, I had to walk all the way up. And seeing as you're here, I guess the elevator got fixed. Please be careful. Tenchi's room is beyond. Everybody's long passed me up. But to get all the way to Tenchi, you'll need to believe in your strength. The Yukari always said, I don't want to fight humans. I never stand a chance, maybe. So I'm not really sure that she means. Please be careful. The second. Revenge of the careful. Poki's bodyguards are ahead. They're the strength of ten soldiers in one. The elite of the elite. Prepare for a fight from hell, as they are the ultimate soldiers. They are dark knights that want to bring you to your end. They will kill you bloodily, if you do not take care. And... Jeez, there's more? Yeah, I think that's enough. Please, go. I'm gonna be taking a bit of a rest. Okay, jetzt seid ihr sowas von tot. Dafür, dass ihr Yomu das angetan habt. Jetzt seid ihr tot. ós掉... They're here. The Yukai destroying our town. Prepare for a raw battle. Jetzt seid ihr sowas von tot, ihr miesenschweine. Oww, schweinef. OMEGA! Sehr schön! Gute Machina! Sehr schön! Gute Machina! So gefällt mir das Meer! Au! Na? Okay, das kann noch ein bisschen aushalten. Niemand kann das noch ein bisschen aushalten. Au! Schwein! Live auf an alle! Hurry up, Marissa! Hey, der eine ist tot! Super! Okay, ich warte lieber noch ein bisschen, bis Marissa live richtig schön oben ist. Outsch! Super! Aush! Super! 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 Die sind tot. Die kommen auch nicht wieder. Das finde ich sehr gut. Live ab. Healen. Ich will mich healen. Ich will mich healen. so sieht's fein aus da so gott ein picknack der uns mal nicht angreift was ist das denn der ist aber schnell gewesen was soll ich doch da ich komme nicht zurück so so Was heißt hier, ich werde dann sterben? Okay, hier gibt es nichts. Ich liebe diesen Song, er ist toll, er ist schön. Moku? Reimu, ahem, you came. What are you doing here? Here to butt heads with my hard-headed friend, what else? That's it, you wouldn't happen to have the key to this door, would you? Hey, it opened. Hey, don't leave us behind! Moku, yes, I'm a hard-headed idiot. You can think that if you want. Keine, we don't have any reason to fight. You should know that it's pointless to befriend Porky. Put down that sword! Reimu, you're too late. My friends, the humans, all want to support Porky. I have a duty to fight to the end, as the humans do. I am Porky's friend. Now, shall I show you my bravery with this blade? Keine! You think I want to see you and Reimu fighting to the end? Please, just stop already. I'm begging you. Sorry, Moku. I'll do what I can so long as I can. I can't desert the human village so near its moon. Not ever again. Moku, it was short, but it was fun. Goodbye. May you be happy. I see. I see. Reimu, there are times when you're all alone, but you have no choice. And now it is one of them. It doesn't seem to me that I have any other choice. As long as you're applying some scrap of Lotto, I suppose. You're both pretty hard-headed if you want. Just do what you want, you know that? Oh, no! Caution, immortal people don't die when they are killed. Oh, God. Keine und Moku als enemies. Holy hell! Mann! Moku! Warum stelltst du dich gegen uns? Moku! 너 so quoi! Kannst du mich jetzt schon mal ausenkug? Am besten konzentriere mich ganz auf Keine. Ich merke hier Ab balancing machen soll aber nö ich muss ja so doof sein low kick, oh Gott life up omega hurry up so so schön abhiel gut kick ganzen kick moves oh yeah so gefällt mir das au mann Keine, warum machst du das? was with Keine defeated the battle had to end Moku was defeated yay aber um welchen preis yay your victory your victory you have to attend to don't you? i hate to say it i hate to say it but i'm fully responsible for this why did it have to be like this we all only wished for happiness fuck it fuck it we all have to think with tun kurze pause und dann geht es weiter